Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und in diesem Video nehme ich mir den MIDI-Controller Org Nano Control 2 vor und zeige dir, wie ich jede Menge Funktionen mithilfe des Generic Flexi-Skriptes von Driven by Moss auf die verschiedenen Regler und Knöpfe gelegt habe. Über das Generic Flexi-Skript, die Modes und Options, findest du weitere ausführliche Videos auf meinem Kanal. Ebenso ein ausführliches Video, wie ich den sehr einfach gehaltenen Arturia Microlabs MIDI-Controller geplant und konfiguriert habe. Dieses Video ist nicht mehr ganz so ausführlich. Ich zeige dir eine Übersicht und welche Funktion ich wie auf den Corg Nano Control 2 gelegt habe, um ihn optimal auf meine Bedürfnisse zu konfigurieren. Das gibt dir hoffentlich ein paar Ideen, wie du deinen Corg Nano Control 2 oder auch einen komplett anderen MIDI-Controller konfigurieren kannst oder willst. Da ich sehr viele Überlegungen und Erfahrungen in meinen Videos sehr kompakt darstelle, das auch eine Menge Arbeit ist und viel Zeit kostet, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und vielleicht noch einen Kommentar da lässt. Ein Abo würde ich dir aber nur dann empfehlen, wenn du an interessanten Inhalten rund um die Musikproduktion interessiert bist. Dann legen wir mal los! Der kleine Corg Nano Control 2 MIDI-Controller ist ein reiner Steuerungscontroller. Er besitzt weder Klaviaturtasten noch Pads. Der Controller ist in mehreren Modi steuerbar. Für ein paar DAWs hat Corg eine Integration mitgeliefert, wozu ich allerdings nichts sagen kann, da ich sie nicht getestet habe. Für Bitwig liefert Corg leider immer noch keine Integration mit aus. Aber dafür gibt es noch einen MIDI-CC-Modus. Die Modi von Corg und sämtliche Zuordnungen können zwar über einen zusätzlichen Editor von Corg verändert werden, dieser ist aber wie auch bei den Arturia-Controllern noch nicht in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts angekommen und es muss immer noch ein obskurer USB-MIDI-Treiber auf obskuren Betriebssystemen installiert werden. Auch hier würde ich mir eine plattformunabhängige Variante wünschen, gerade wegen des neuen Musikproduktions-Superstars-Linux. Oder, was mein 23 Jahre alter Novation-MIDI-Controller sogar schon kann, eine Konfiguration direkt auf dem Gerät, ohne dass ein weiterer Computer, Smartphone, Toaster oder eine andere unnötige Abhängigkeit gebraucht wird. Die billige Rechenpower ist schon längst da, genügend Knöpfer hat dieser Controller auch und jetzt müssen nur noch alle Hersteller in die technologischen Gegenwart ankommen. Aber wie gesagt gibt es einen MIDI-CC-Modus und mit diesem Modus wird der Controller auch von Werk aus ausgeliefert. Das ist auf jeden Fall schon mal super mitgedacht. Der Controller hat 8 Drehregler, 8 Fader, 8 Gruppen von jeweils Solo-, Mute- und Rekordknöpfen, einmal ein Transportfeld mit Rekord-, Play-, Stop-, Vorwärts- und Rückwärtsspulknopf und 6 zusätzliche Sondertasten, die mit Track und Marker überschrieben sind. Also insgesamt 51 Knöpfe, Drehregler und Fader. Da ist schon eine Menge möglich. Von Haus aus liefert Korg wie gesagt keine DAW-Integration für Bitwig mit. Bei Bitwig gibt es eine etwas ältere Korg Nano Control 2 Controller-Skript, das mich aber von seiner eingeschränkten Funktionalität auch nicht wirklich überzeugt hat. Irgendwann bin ich dann hingegangen und habe mir überlegt, wie mein Workflow aussieht, welche Funktionen ich häufig im schnellen Zugriff brauche, habe dann alles mal aufgeschrieben, die Daten aus dem Controller notiert und mich dann in mehreren Iterationen ans Werk gemacht. Und das folgende ist nun dabei herausgekommen. Wie gesagt, ist das keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dafür gibt es die anderen drei Videos über das Generic Flexi-Skript, die Modes und Options und die ausführliche Erklärung zum Arturia Microlab Controller. Aber ich will das ja trotzdem ein wenig erklären, was ich gemacht habe und auch die kleinen Besonderheiten, die in dieser Konfiguration schlummern. Erstmal zu den Besonderheiten. Es gibt einen Global Shift Button. Es gibt einen Global Shift Button. Das ist ein Knopf, mit dem ich zusammen mit einem anderen Knopf eine zusätzliche Funktion aufrufen kann. Hier in meinem Fall ist der Set- und Play-Knopf schaltet den Loop- oder den Repeat-Modus ein und aus. Ich hätte das natürlich auch nur rein auf den Set-Knopf konfigurieren können, aber ich hoffe, dass Bitwig die Funktionalität noch wesentlich weiter ausweitert, sodass mit dieser Global Shift Funktion noch sehr viel mehr möglich sein wird und dann habe ich den Set Button schon konfiguriert. Dann geht es um die Keyboard-Pads-Konfiguration, wo die Routings auf Off gestellt werden können oder On gestellt werden können. Es gibt bestimmte MIDI-CCs, das sind sogenannte RPNs. Ausgesprochen heißt das Registered Parameter Numbers. Und das bedeutet, dass diese im MIDI-Standard eine Bedeutung haben. Diese sollten, wenn ein Knopf so eine RPN hat oder schickt, nicht an die DRW hier an Bitwig weitergeleitet werden, dass uns Bitwig den MIDI-Standard einhält und zusätzlich eine Funktion auslöst. Im Normalfall willst du das nicht, aber vielleicht gibt es ja irgendwo ein Szenario, wo das sinnvoll wäre. Wenn ja, schreib es mir in die Kommentare. Wenn du mehr über MIDI-Messages wissen willst, dann schau dir mein entsprechendes Video dazu an, nämlich MIDI-Messages, MSB, LSB, RPN, NRPN und SysEx. So weiter geht's. So sendet der Fader Nummer 2 die MIDI-CC Nummer 01. MIDI-CC 01 ist ein RPN und normalerweise dem Mod-Wheel zugeordnet. Also solltest du das Routing hier unbedingt auf Off stellen. Ansonsten hast du bei vielen Synthies gleich immer noch einen Vibrator mit am Start. Beim Rekordknopf 1, der CC64 sendet und damit die MIDI-CC-RPN Sustain64 hat, auch das Routing auf Off. Im Gespräch mit einem anderen Musikproduzenten wurde ich noch auf Folgendes hingewiesen. Wenn du 8 Knöpfe, wie hier, und 8 Fader hast, dann ordnet die Fader den Modes zu, mit denen du die Remote-Controls, Volume-Faders und andere Sachen steuern kannst. Weil damit kannst du im Extremfall 8 Parameter mit 8 Fingern gleichzeitig steuern. Das geht natürlich mit den Drehreglern nicht. Ein kleines und einfaches, aber ein umso wichtigeres Detail. Okay, so, und jetzt lass uns noch kurz die Funktionen durchgehen. Das ist die Funktionsbelegung von dem QORQ Nano Control 2, wie ich sie mir ausgedacht habe. Auf den ersten Blick sieht das super komplex aus, aber auf den zweiten Blick ist es eigentlich relativ einfach. Ich mache das gesamte Fenster jetzt etwas kleiner und ich fange jetzt erstmal mit dem Transportfeld an, mit dem ganz einfachen. So, Transportfeld ist ganz normal. Ich drücke hier auf die Play-Taste, dann spielt der Controller. Drücke ich zweimal auf die Play-Taste, wird der Reset. Drücke ich auf die Play-Taste und drücke dann Stopp. Sonst springt der Cursor sofort dann nach hinten. So, drücke ich die Record-Taste, geht hier Record an. Drücke ich Record und Play, fängt er an aufzunehmen auf der Spur, die ich ausgewählt habe mit einem Pre-Roll, das jetzt sehr lange eingestellt ist, mit vier Takten. Okay, und Stopp, stopp das Ganze wieder. Mit dem Cycle-Button hier mache ich ein Undo, lösche ich das Ganze wieder. Mit den Vorwärts- und Rückwärts-Rückbool-Knöpfen springe ich Vorwärts- und Rückwärts mit dem Play-Cursor hier oben. Und mit dem Set und dem Play-Knopf. Hier habe ich die Global-Shift-Funktion, also wenn ich den Set-Knopf festhalte und Play drücke, dann sieht man, wie hier oben der Loop-Marker angeht. Damit kann ich das aus- und einschalten. So, und dann habe ich auf den Track-Knöpfen noch Previous und Next-Item von den Modes, von dem Generic Flexi-Script. Hier habe ich Next und Previous-Item ausgewählt. Das heißt, wenn ich im Device-Mode bin und Next und Previous-Item hier mache, springe ich zwischen dem 8-Bit und dem Poly-Synth hier unten hin und her. Wenn ich diese beiden Knöpfe benutze unter Marker und bin zum Beispiel auf dem Poly-Synth hier vorne, sieht man an der Markierung hier mit den kleinen Dreiecken, dann schalte ich zwischen den Device-Pages hin und her. Das Ganze passiert im Device-Modus. So, und dann gehen wir auch schon langsam rüber auf die verschiedenen Modi. Da schiebe ich das jetzt einfach mal oder mehr oder minder Modi. Hier gibt es diese Gruppen mit den drei Knöpfen Solo, Mute und Record. Die sind besonderen Funktionen zugeordnet. Da die Solo-Knöpfe hier einen ganz besonderen Status haben, die schicken eine MMC-Nachricht. Das heißt, wenn ich den Solo-Knopf hier drücke auf diesem Kanal, dann kann ich den zwar auf Solo schalten, aber sobald ich den Knopf wieder loslasse, verschwindet das Solo hier wieder. Erstmal dachte ich, das ist keine so tolle Lösung, aber es kann ja sein, dass man einfach mal kurz Solo hören will, wieder loslassen möchte. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber manchmal will man auch einfach nicht die ganze Zeit den Finger drauf haben. Deshalb habe ich dann gleich den Knopf, den zweiten Record-Knopf von hier unten, als festen Solo definiert. Das heißt, der bleibt dann auch so, wie ich das einstelle. Das ist so eine kleine Unregelmäßigkeit hier. Den hier habe ich halt als Record-Knopf genommen, weil das die erste Reihe war. Das heißt, dieser Solo-Knopf macht temporär Solo. Dieser Mute-Knopf muted den ausgewählten Kanal. Und dieser Record-Knopf schaltet das Record oder der Arm für den Kanal ein. So, gehen wir aber mit der oberen Spalte hier einfach erstmal weiter. Der zweite Solo-Knopf schaltet durch die Modes einzeln durch. Das heißt, ich kann Previous-Mode hier durchgehen. Dann gehe ich durch die verschiedenen Send-Modes durch. Dann komme ich an den Panorama, dann an den Volume, dann an den Track und dann an den Device-Mode. Dann geht es wieder mit den Sends weiter. Oder mit dem dritten Solo-Button gehe ich vorwärts in den Modes. Hier wieder Device, Track, Volume, Panorama, Send 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Device, Track, Volume und so weiter und so fort. Ich kann aber auch direkt durch die Modes durchspringen. Und zwar mit dem fünften, mit dem fünften Solo-Knopf schalte ich dann den Track-Mode ein. Mit dem sechsten, den Volume-Mode, mit dem siebten, den Panorama-Mode und den häufigsten, den ich brauche, ist der Device-Mode. Der liegt ganz hinten auf dem achten Solo-Knopf. Das heißt, wenn ich nochmal draufdrücke, passiert da dann nichts, weil ich ja schon da bin. Ich muss einfach einmal kurz wechseln, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen bin. So, jetzt habe ich noch diese Drehregler, diese kleinen hier oben. Und die sind zugeordnet dem ausgewählten aktuellen Track, also in dem Fall hier diesen Polycent. Und der erste Drehregler hier vorne, mit dem ersten Drehregler kann ich das Volume des Tracks hier regeln. Mit dem zweiten Drehregler kann ich das Panning in diesem ausgewählten Track wählen. Ab dem dritten Regler kann ich die Sends hier regeln, bis zu sechs Sends. So, das kann ich alles immer am ausgewählten Track machen mit den Drehreglern hier. Und wenn ich jetzt runtergehe auf die Fader, die habe ich den Options beziehungsweise den Modes zugeordnet. Drehen wir die mal hier hoch. Also, es geht jetzt hier um diese Fader hier. Und je nachdem, in welchem Mode ich bin, kann ich mal so ein bisschen durchsichtig machen, dann sieht man das. Ich kann hier direkt die Modes umschalten. In der Mitte des Bildschirms sieht man das, wo dieses kleine Pop-Up, ich mache es vielleicht mal noch durchsichtiger, wo dieses kleine Pop-Up kommt, kann ich die Modes durchschalten. Ich nehme jetzt einfach mal den Device-Mode, der mir da unten die Devices anzeigt und kann jetzt einfach sagen, Set Item Value 1 beziehungsweise, was ich vorhin gesagt habe, mit Previous und Next Item unter Track und Previous und Next Page unter hier Marker mit diesen Pfeilen vorwärts und rückwärts, kann ich jetzt hin und her schalten. Heißt, ich kann jetzt einfach zwischen den Devices hin und her schalten. Sieht man schön an den Markierungen hier. und das Ganze wird auch hier angezeigt als Pop-Up oder wenn ich auf dem PolySynth bin und wechsle dann mit Next Item, dann werden mir die Remote-Controls durchgescrollt. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dem Device-Mode bin, dann kann ich mit den Schiebereglern mit allen vier, acht Fingern das hier machen. Alles auf einmal. Dann wechsle ich die Page beziehungsweise die Page so und mache das hier nochmal. Schalte hier alles nochmal um. Ich muss nur die Finger ordentlich drauf kriegen. Dann schalte ich nochmal um. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser PolySynth sich anhört oder ob man überhaupt noch was hört. auf jeden Fall kann ich das mit acht Fingern gleichzeitig machen. Das ist eine super, super Sache, wenn jemand acht Finger gleichzeitig schön bedienen kann. Ich kann das nicht. Bei vier ist alles noch ungefähr im grünen Bereich. Bei sechs geht es vielleicht auch noch, dass man die vielleicht einigermaßen noch nicht mal gleichzeitig kriegt, die hoch. Gleichzeitig fast nicht ganz. Aber immerhin kann man eine ganze Menge hier machen. Und das alles gleichzeitig. Das ging eben mit den Drehknöpfen nicht, wie ich eingangs eben erklärt habe. So, und wenn ich jetzt durch die verschiedenen Modi hier durchgehe, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich bin im Panorama, dann kann ich sämtliche Panoramas, Panoramen, umschalten. so, wenn man hier jetzt die Panoramen, Panoramas irgendwie sieht, dann kann ich das hier mit allen acht machen. Auf einmal, wenn ich das unbedingt haben muss, oder einfach nacheinander, dass ich die einzeln ansteuere und dann einfach schaue, wie ich das geändert kriege. Dasselbe geht dann im Volume Mode, wenn ich nochmal umschalte, dann habe ich hier die verschiedenen Volumes und jetzt kann ich hier auch die verschiedenen Regler hier schieben mit allen acht Fingern. Man kann natürlich auch in diesen Modi hier einen anderen Kanal auswählen und beziehungsweise ein anderer Achterblock und kann dann hier Sachen machen. Ich habe jetzt einfach nur 11 hier angelegt, könnte das aber auch weitermachen und kann jetzt hier auch in den verschiedenen Kanälen rumwandern. So, und dasselbe gilt dann nachher auch für den Track Mode. Kann ich dann auch wieder hier mit den Sends hier rumspielen oder eben dann auch mit den ersten beiden Volume und Fader machen. Das ist die gleiche Funktion, als würde ich einfach Selected Track benutzen. Gehen wir wieder auf unseren Device Modus. So, jetzt habe ich das mit den Fadern erklärt in den verschiedenen Modi. Also mit diesen Fadern kann man eine ganze Menge machen. So, hier unten habe ich jetzt weitere Funktionen und zwar, wie ich vorhin schon erklärt habe, fange ich wieder von links an. Das ist der Mute für den aktuellen Kanal, auf dem ich mich befinde. Dann Record Selected Track an- und ausschalten oder die Arm-Funktion, je nachdem wie man das benennen möchte. der zweite Mute und der zweite Record, das ist die Track Höhe einstellen, die kann man ja halbieren und den Track Solo schalten. Wenn ich das jetzt hier mal mache, kann ich hier die Tracks halbieren mit Druck auf den Knopf, den Mute-Knopf und auf Solo stellen und kann alle Hände hier loslassen. Das ist Toggle Remote Controls, der eine, und das ist Toggle Device. Das macht nichts anderes, wenn ich jetzt wieder, ich muss allerdings auf einen anderen Kanal gehen, wo ich auch tatsächlich was habe, nämlich hier zum Beispiel und drücke ich jetzt Toggle Remote Controls, dann werden mir hier die Remote Pages auf- und zugemacht. Drücke ich den zweiten Mute oder das ist der vierte Mute-Knopf eigentlich, dann wird mir das Device zugemacht. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach auf das andere Device springen und das Device zumachen und hier die Remote Controls aufmachen oder ich kann beide Knöpfe gleichzeitig drücken und kann das quasi einfach so umschalten. Das schaffe ich noch nicht mal mit der Tastatur so schnell. Okay, das waren die zwei Mute-Knöpfe. Die darunter liegenden Rekord-Knöpfe hier sind Punch-In, Punch-Out. So, ein Punch-In, Punch-Out ist ja hier oben, ist im Rekord-Bereich, dass dort, wo sich der Loop-Bar befindet, wenn ich im normalen Play bin, wird einfach Rekord bei Punch-In eingeschalten. Also hier wird jetzt Rekord eingeschalten werden und hier wird der Rekord wieder automatisch ausgeschalten werden. Und das kann ich mit den zwei Rekord-Knöpfen hier unten steuern und wieder gleichzeitig drücken oder nacheinander oder nur das eine, nur das andere, wie auch immer ich das gerne haben will. So, mit dem fünften Rekord-Knopf schalte ich das Metronom ein und aus. Bisschen schwach, wie das angezeigt wird hier, weil es ein bisschen klein. Der nächste Mute-Knopf ist hier Playback-Follow. Playback-Follow ist dieser Punkt hier, bedeutet nichts anderes, wenn der Play-Cursor spielt, dann bewegt sich der Arranger mit. Warten wir jetzt einfach mal und zwar jetzt müsste er gleich anfangen loszulaufen. Und dann sehe ich das auch. Und das kann ich natürlich auch wieder ausstellen oder wieder anstellen, wenn ich das möchte. Dann gibt es hier den Focus Track-Header und Device-Lane Tockel. Die habe ich aus folgendem Grund drin. Device-Lane Tockel ist einfach, dass ich die Device-Lane auf und zu mache. Das brauche ich auch relativ häufig, weil ich die Sachen öfter mal sehen will. Und dann habe ich noch eine andere Sache am Start. Nämlich muss man irgendwie hier umschalten, sowas zum Beispiel. Bitwig schaltet öfter mal um im Inspektor, um einfach andere Sachen anzuzeigen, was auch völlig okay ist. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem Kompressor arbeite und will einfach gucken, was für eine Volume-Reduktion habe ich, dann will ich eigentlich immer das hier sehen, das hier sehen. Das heißt, ich will sehen, was hatte ich vorher und wenn ich dann am Kompressor rumschraube, was habe ich hinterher. So, wenn Bitwig jetzt aber ständig umstellt, habe ich mir einen Knopf hingelegt, der mir quasi immer wieder dahin zurückspringt. Das ist auch beim Keyboard der Shortcut T wie Theodor. So, und jetzt haben wir ein paar hier übersprungen von den Mute-Buttons. Wir waren zum letzten bei dem Toggle Remote Controls und Toggle Device, bei den beiden. Jetzt gehen wir hier Toggle Automation Selected Track. Was diese Funktion macht, ist, dass alle Automationen ausgeklappt werden, die es auf dem Track gibt. Das heißt, wenn ich den jetzt drücke, ich habe da mal ein paar angelegt, werden alle angezeigt. Und so kann ich die auch wieder einklappen. Das heißt, ich kann einfach super schnell mal eben gucken, was habe ich da an Automationen und das wieder einklagen. Oder wenn ich etwas rekorde, kann ich das einfach alles komplett ausklappen. Das ist immer komplett alles ausgewählt, nicht einzelne Spuren. Finde ich mega praktisch. Dann gibt es hier die Funktion auf dem fünften Mute-Knopf Zoom In Or All. Und wenn ich diesen fünften Mute-Knopf drücke, dann zoomt der entweder hier rein oder auf den kompletten Track. Wie hier oder hier zum Beispiel. Das ist mein komplettes Arrangement. Oder wieder zurück. Das heißt, wenn ich irgendetwas bearbeite, habe im eingesumpten Modus, komme ich mit einem Tastendruck wieder auf die Gesamtansicht zurück. Finde ich mega praktisch. So, und dann habe ich noch diese zwei Knöpfe, den Mute-Knopf Nummer 7 und Nummer 8, einmal auf Layout-Mixer und Layout-Arranger. Im Prinzip genau das, was wir hier sehen, das ist Layout-Arranger mit dem achten Mute-Knopf. Mit dem siebten schalte ich hier auf die Mixer-Seite um und mit dem achten wieder auf die Arranger-Seite. Und das ist eigentlich schon die komplette Konfiguration. So, das heißt, der komplette Controller, die Zuordnung sieht ein bisschen wild aus, aber so benutze ich mit diesem Controller Bitwig. Das heißt, ich habe die, um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, ich habe die Drehknöpfe hier, die sind auf Selected Track gemünzt. Okay, die Fader sind mit den Modes ausgestattet, das heißt, je nachdem, welchen Mode ich hier auswähle, den Device-Mode, den Panorama-Mode, den Volume-Mode, den Track-Mode oder ich springe auf den Send-Mode und gehe dann mit Next-Modes auf die anderen Sends runter, zum Beispiel, komme ich quer über das gesamte Arrangement beziehungsweise über sämtliche Kontrollen. Dann habe ich hier Selected Track Solo Temporär, den Mute für den Selected Track, also den aktuellen Track, den Rekord, den Arming für den Selected Track und hier unten geht es dann schon wieder weiter mit dem Rekord, hatten wir ja gerade, die Track-Höhe einstellen des Solo dauerhaftes Solo für den aktuellen Track, die Remote-Controls und das Device ein- und ausklappen, Punch-In, Punch-Out, Toggle-Automation, dass ich alle Automationen ansehen und wieder schließen kann, Metronom anmachen, dann reinzoomen und rauszoomen, Layback-Follow, damit ich dem Arranger folgen kann, der Focus-Track-Header, damit ich im Inspektor die Track-Informationen sehe, die verschiedenen Layouts für Mixer und Arranger und Device-Lane-Toggle, also unten Device-Feld auf und zu und hier natürlich das normale Transport, das ist fast selbsterklärend, also das hier auf jeden Fall, hier springe ich im Arranger-ROM, Play-Stop-Record, der Undo-Knopf finde ich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man was einspielt, dass man eben ganz schnell wieder Undo machen kann, zurückspielen, nochmal neu rekorden kann, da ist es sehr, sehr praktisch, wenn man das direkt am Gerät machen kann, ohne dass man jetzt nochmal irgendwo hingreifen muss und hier ist nochmal diese Besonderheit mit dem Global-Shift und dem Play-Knopf, der dann einfach den Loop-Bar oder das Repeat an- und ausschaltet und hier nochmal die Previous und Next-Item und hier Previous und Next-Item-Page. Das ist die gesamte Belegung des Controllers, wie ich ihn benutze, mit 51 beziehungsweise mit den verschiedenen Modi noch wesentlich mehr Funktionen, die dieser Controller jetzt hat. Das ist für mich eine vernünftige DAW-Integration, von Cork gab es leider nichts, von Bitwig ein uraltes Skript, das für den Start die erste halbe Stunde okay war, aber wenn man mehr wollte, dann stieß man einfach an seine Grenzen. Ihr könnt es ja mal gerne selber ausprobieren. Ich war damit auf jeden Fall nicht zufrieden und bin high froh, dass es das Generic-Flexi-Skript gibt, womit ich das jetzt endlich vernünftig konfigurieren konnte und so kann das auch für alle anderen möglichen Media-Controllern gemacht werden. Vielleicht kommt noch ein weiteres oder zwei weitere Videos zu dem Thema, weiß ich nicht so ganz genau. Ich habe noch das Arturia Minilab 3 hier rumstehen, mit dessen Integration von Arturia bin ich auch überhaupt nicht zufrieden. Das ist umständlich und nicht gut gemacht und einfach nur auf deren Software so ein bisschen angepasst, aber der Rest ist einfach halbherzig gemacht. Fand ich nicht schön. Habe ich mittlerweile auch schon mit dem Generic-Flexi-Skript betankt und bin wesentlich zufriedener damit. Es ist noch nicht so optimal, vielleicht warte ich einfach, bis ich noch ein paar Iterationen durch bin und das für mich optimal eingerichtet habe. Wenn ihr vielleicht noch ein paar Vorschläge dazu habt oder das selber schon gemacht habt, schreibt mir in die Kommentare, lasst es mich wissen, lasst es die anderen wissen und dann können wir uns vielleicht alle austauschen mit den verschiedenen Skripten und da käme vielleicht auch eine ganz schöne Community zustande. So, das war es dann auch schon wieder. Mein Name ist Udo Sendaidukai, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.